So, wir sind jetzt in Jerez gelandet. Wir sind heute schön mit der Haribo Maschine geflogen. Ganz ganz toll. Und hier seht ihr den Flughafen von Jerez. Und wir müssen zu Fuß zum Gag laufen. Auch mal schönes. Unser Gepäck wird schon geholt. Es geht ganz krank. Und hier unser Paradigvogel. Liebe Grüße, ich bin euer Hubert. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Videos. Und schaut sie euch recht schön an. Bis dann. Ciao.